Hallo, ich bin Mario, Produkttrainer bei Stihl. Ich möchte Ihnen heute einen Klassiker aus dem Stihlsortiment vorstellen, die MS462CM. Als ich vor weit mehr als 30 Jahren den ersten Kontakt zu dieser Motorsägenklasse hatte, und zwar der 046, habe ich natürlich in vielen Schritten auch die Weiterentwicklung miterlebt. 046, MS460, MS461 und heute der modernste Vertreter, die MS462. Sie hat einen Hubraum von 72,2 Kubikzentimeter bei einer Leistung von 4,4 kW, das entspricht 6 PS und einem Leistungsgewicht von 1,4 kg pro kW. Darüber hinaus gibt es eine weitere Version und zwar mit Griffheizung und natürlich die MS462CMR, einer Hochleistungsbenzinmotorsäge für Rettungseinsätze. Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen die Rettungssäge einmal im Detail vorstellen, dann schreiben Sie uns das bitte gern in die Kommentare. Auch die MS462 verfügt über die neueste Version der M-Tronic, M-Tronic 3.0. Sie ermöglicht dem Anwender vor Arbeitsbeginn in einem Zeitfenster von ca. 72 Sekunden seine Motorsäge wieder auf ein Optimum einzustellen. Das beinhaltet zum einen wechselnde Höhenlage, aber auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Haben Sie selbst schon mit der MS462 gearbeitet? Dann schreiben Sie uns gern Ihre Erfahrungen in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und Tschüss! Bis zum nächsten Mal!